Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diese auffallende Jacke mit mir zu häkeln. Diese wunderschöne Jacke wird aus einem filigranen Halbkreis im Nacken entwickelt, der dann in wunderschöne Zacken mit Reliefstäbchen übergeht. Die Traumjacke sieht sehr raffiniert aus, ist aber einfach nachzuarbeiten. Ihr müsst nur genau und aufmerksam arbeiten und darauf achten, dass die angegebenen Zahlen immer stimmen. Die Anleitung beginnt für alle Größen gleich. Die Angaben für die Größen 36 bis 50 erscheinen immer dann im Video, wenn sie gebraucht werden. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr im Anfangsbereich des Videos, nach den Intros und direkt bevor ich mit dem Häkeln beginne. Falls ihr Interesse an einem von mir persönlich handgefertigten Modell habt oder jemanden damit beschenken wollt, ab sofort gibt es einige meiner Vorführmodelle käuflich zu erwerben. Den Link zu meinem brandneuen kleinen Shop findet ihr in der Infobox bzw. in den Kanalinfos. Es gibt in der Regel jedes Modell nur einmal, denn ich häkle nicht auf Bestellung, sondern verkaufe die Modelle so, wie ich sie für das Video angefertigt habe. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese traumhaft schöne Jacke habe ich zwei dreifädige entgegengesetzt gewickelte Bobbel mit dem Namen Schneewolf von Sabine Helfers meine Bobbelträumerei verwendet. Ich bedanke mich herzlich bei Sabine Helfer, die mich regelmäßig mit traumhaften Bobbels versorgt. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels in vielen Farben, mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurixfaden oder wenn gewünscht auch mit Alpakafaden und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich da einmal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne von innen nach außen mit der hellsten Farbe. Ich verarbeite den ersten Bobbel von hell nach dunkel und den zweiten dann später von dunkel nach hell. Und ich verwende eine Häkelnadel 3,5 Millimeter. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle sieben Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen. Die zählen als erstes Stäbchen. Und ich häkle in den Ring noch 19 Stäbchen. So dass wir inklusive Ersatzstäbchen 20 Stäbchen haben. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber. Wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Und wenn ich 20 Stäbchen gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 20 Stäbchen gehäkelt, inklusive Ersatzstäbchen. Wir schließen nicht zur Runde, sondern wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Die sind unser Randstäbchen. Und damit ist die erste Masche besetzt. Und jetzt häkeln wir 18 Reliefstäbchen von vorne. Ein Reliefstäbchen ist ein Stäbchen, das um das Stäbchen der Vorderreie gehäkelt wird. Wir holen einen Umschlag. Wir stechen vor dem Stäbchen ein. Hinter dem Stäbchen wieder heraus. So dass das Stäbchen auf der Nadel liegt. Wir holen den Faden durch. Ziehen ihn ein bisschen länger. Und häkeln das Stäbchen zu Ende. Einen Umschlag holen. Vor dem Stäbchen einstechen. Und vorne wieder rauskommen. Den Faden durchholen. Und das Stäbchen zu Ende häkeln. Und wie gesagt, wir häkeln 18 Reliefstäbchen von vorne. Dann bleibt am Ende ein Stäbchen übrig. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 18 Reliefstäbchen von vorne gehäkelt. Das Ersatzstäbchen der Vorderreie bleibt übrig. Und hier häkle ich um dieses Stäbchen herum ein normales Stäbchen. Ihr müsst hier keine Luftmasche suchen. Einfach in die letzte Lücke noch ein normales Stäbchen häkeln. Insgesamt müssen es wieder genau 20 Stäbchen sein. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Die sind unser Randstäbchen. Und wir häkeln 18 Mal je 2 Stäbchen in jede vorhandene Masche. Immer 2 Stäbchen in jede Masche. Das Ganze 18 Mal. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 18 Mal 2 Stäbchen in jede Masche gehäkelt. Am Ende bleibt das Ersatzstäbchen übrig. Und hier häkeln wir ein Stäbchen in die Lücke zwischen den letzten beiden Stäbchen. Ganz wichtig. Es müssen genau 38 Stäbchen insgesamt sein. Wir wenden die Arbeit. Starten wieder mit 3 Luftmaschen. Und häkeln 36 Reliefstäbchen von vorne. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 36 Reliefstäbchen von vorne gehäkelt. Am Ende muss das Ersatzstäbchen noch übrig sein. Und wir häkeln um das Stäbchen herum. Das letzte Stäbchen ganz normal. Und insgesamt haben wir wieder genau 38 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen. Die sind immer unser Randstäbchen. Wir lassen die nächste Masche aus. Und in die übernächste Masche häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche und in dieselbe Masche noch ein Stäbchen. Das ist ein V mit einer Luftmasche. Wir lassen immer eine Masche aus. Und in jede zweite Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 18 V gehäkelt. Ich bin auf dem vorletzten Stäbchen gelandet. Das passt. Es bleibt nur das Ersatzstäbchen übrig. Und hier häkeln wir wieder in die Lücke um das Stäbchen herum. Ein normales Stäbchen. Wichtig ist, es müssen genau 18 V sein. Und wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Und wir häkeln jetzt in die Vs. Wieder Vs, aber ein bisschen größer. Wir häkeln ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in das V. Wir springen zum nächsten Vs und häkeln wieder ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und es ergeben sich wieder 18 Vs. Nur diesmal mit 2 Luftmaschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder genau 18 Vs erhalten und häkle um das Ersatzstäbchen herum ein Randstäbchen. Die Form ist ungefähr so. Es ist also mehr als ein Halbkreis. Wir wenden die Arbeit. Die nächste Reihe ist ähnlich. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Und häkeln in die V wieder V. Und zwar diesmal mit 3 Luftmaschen. Immer von V zu V springen und in die Vs wieder Vs häkeln. Und zwar immer ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Es ergeben sich wieder 18 Vs. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine 18 V gehäkelt. Und nie vergessen in die letzte Lücke brauchen wir immer unser Randstäbchen. Und wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir in jedes V 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Wir springen ins nächste V. Und in jedes V häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Denn es ergeben sich genau 18 solche Gruppen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 18 Gruppen gehäkelt. Nicht vergessen am Ende in die letzte Lücke unser Randstäbchen. Wir haben jetzt 8 Reihen gemacht. Das ist die Basis der Jacke. Und ab jetzt beginnt der Mustersatz. Und der Mustersatz besteht aus 2 Reihen. Die erste Musterreihe ist eine Hinreihe. Das erkennt ihr gut an den VLF Stäbchen. Und in der ersten Musterreihe machen wir immer Zunahmen. Und in der zweiten Musterreihe machen wir keine Zunahmen. Die erste Musterreihe startet mit 3 Luftmaschen, wie auch alle anderen. Und jetzt überspringen wir die nächste Maschen. Und in das Stäbchen vor der Lücke häkeln wir 1 Stäbchen. In die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und noch einmal 2 Stäbchen. Und dann noch 1 Stäbchen nach der Lücke auf das erste Stäbchen. So dass wir jetzt auf beiden Seiten dieser Lücke 3 Stäbchen haben. Dann immer 2 Maschenköpfe genau auslassen. Wir landen auf dem Stäbchen vor der Lücke. Hier häkeln wir 1 Stäbchen. In die Lücke häkeln wir immer 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und 2 Stäbchen. Und 1 Stäbchen nach der Lücke. Und zwischen den Gruppen immer 2 Maschenköpfe auslassen. 1 Stäbchen. Bis zur Lücke. In die Lücke 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und noch einmal. 2 Stäbchen. Und 1 Stäbchen nach der Lücke. Das sieht so aus. Jede Gruppe muss nun 2 mal 3 Stäbchen haben. Und das machen wir bei allen Gruppen gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen. Hier bleiben ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Nach der letzten Gruppe. Und wir häkeln um das Ersatzstäbchen herum. Ein Stäbchen. Dieses Stäbchen lassen wir aus. Genau wie am Anfang der Reihe. Und wir wenden die Arbeit. Und die zweite Musterreihe ist eine Reihe ohne Zunahmen. Auch die beginnt mit 3 Luftmaschen. Und auch hier lassen wir einen Maschenkopf aus. Und wir haben jetzt 2 Stäbchen bis zur Lücke. Diese 2 Stäbchen häkeln wir als Reliefstäbchen von vorne. In die Lücke häkeln wir nur 1 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und noch einmal 1 Stäbchen. Dann die nächsten 2 Stäbchen wieder als Reliefstäbchen von vorne. Wir haben also wieder beidseitig der Spitze 3 Stäbchen. Also keine Zunahme. Wir lassen immer zwischen den Gruppen 2 Maschenköpfe aus. Wir haben jetzt 2 Stäbchen bis zur Lücke. Und die häkeln wir als Reliefstäbchen von vorne. In die Lücke häkeln wir 1 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und noch einmal 1 Stäbchen. Und nach der Lücke 2 Reliefstäbchen von vorne. 2 Maschenköpfe auslassen. 2 Reliefstäbchen von vorne. 1 Stäbchen in die Lücke. 2 Luftmaschen. 1 Stäbchen in die Lücke. 2 Reliefstäbchen von vorne. Und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe bleiben immer 2 Stäbchen übrig. Ein normales und das Ersatzstäbchen. Und in die Lücke zwischen den 2 Stäbchen immer das Randstäbchen häkeln. Von vorne sieht es so aus. Wir erhalten diese wunderschönen Stäge. Und jetzt kommt schon wieder die erste Musterreihe. Und die ist immer eine Reihe mit Zunahmen. Alle Reihen beginnen mit 3 Luftmaschen. Wir lassen immer den zweiten Maschenkopf aus. Und wir häkeln alle Stäbchen die bis zur Lücke vorhanden sind. Im Moment sind es 2. Und in der Hinreihe. In der ersten Musterreihe häkeln wir in 2. Immer 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und 2 Stäbchen. Und nach der Lücke gleich viele Stäbchen wie vor der Lücke. In diesem Fall 2. Zwischen den Lücken müssen immer 2 Stäbchen ausgelassen werden. Dann häkeln wir alle Stäbchen die bis zur Lücke vorhanden sind. Und in die Lücke 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Noch einmal 2 Stäbchen. Und nach der Lücke in dieser Reihe ebenfalls noch 2 Stäbchen. Wir haben jetzt auf beiden Seiten der Spitze 4 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen. Diese Hinreihe darf sich immer ein bisschen wellen. Das ist bei mir auch so. Nicht vergessen am Ende. Zwischen die letzten beiden Stäbchen. Ein Randstäbchen. Und immer ein Stäbchen bleibt hier frei. Nach der Gruppe. Wir wenden die Arbeit. Die Rückreihe ist eine Reihe ohne Zunahmen. Wir häkeln 3 Luftmaschen. Auch hier lassen wir immer ein Stäbchen aus. Und jetzt häkeln wir die Stäbchen die vorhanden sind bis zur Lücke. Als Reliefstäbchen von vorne. Und in die Lücke häkeln wir ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und ein Stäbchen. Und nach der Lücke wieder dieselbe Anzahl Reliefstäbchen von vorne. Wie vor der Lücke in dieser Reihe sind es drei. Und wir haben genau wie in der Vorreihe auf beiden Seiten vier Stäbchen. Und wir landen immer so, dass die nächsten beiden Maschenköpfe ausgelassen werden. Und wir starten hier wieder mit den Reliefstäbchen von vorne bis zur Lücke. Und in der Rückreihe immer ein Stäbchen in die Lücke. Zwei Luftmaschen. Und ein Stäbchen in die Lücke. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende bleiben immer ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Und wir häkeln zwischen die beiden Stäbchen unser Randstäbchen. Diese beiden Reihen werden nun stets wiederholt. Sinngemäß pro Mustersatz kommen immer auf beiden Seiten ein Stäbchen dazu. Wir machen noch einen Mustersatz gemeinsam. Alle Reihen beginnen mit drei Luftmaschen. Die sind unser Randstäbchen. Den zweiten Maschenkopf lassen wir immer aus. Wir häkeln alle Stäbchen, die bis zur Lücke vorhanden sind. Und in der ersten Musterei, also auf der schönen Seite, haben wir in der Lücke die Zunahme mit zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Nach der Lücke häkeln wir gleich viele Stäbchen wie vor der Lücke. In dieser Reihe sind es drei. Und wir haben auf beiden Seiten der Lücke jetzt fünf Stäbchen. Wir müssen immer so landen, dass wir die nächsten beiden Maschenköpfe überspringen können. Wir häkeln wieder alle vorhandenen Stäbchen bis zur Lücke. Und in der Hinreihe zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen in dieselbe Lücke. Und nach der Lücke dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke. Und alle Zacken müssen immer gleich viele Maschen haben. Und hier müssen wir immer zwei Maschen überspringen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Wir kommen zurück am Ende der Reihe immer zwischen diese letzten beiden Stäbchen noch das Randstäbchen häkeln. Und wir wenden die Arbeit. Und die zweite Musterreihe beginnt ebenfalls mit drei Luftmaschen. Wir lassen die nächste Masche aus. Wir häkeln die Stäbchen bis zur Lücke als Reliefstäbchen von vorne. Und in die Lücke ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. Das heißt, die Maschenzahl bleibt im Vergleich zur Vorreihe unverändert. Wir hatten hier zum Beispiel fünf Stäbchen und hier haben wir wieder fünf. Auf der anderen Seite häkeln wir dieselbe Anzahl Reliefstäbchen wie vor der Lücke. Dann überspringen wir zwei Maschen und es geht mit der nächsten Gruppe weiter. Und das machen wir bei allen Gruppen gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe bleiben immer zwei Stäbchen übrig. Und wir lassen eins aus und in die Lücke zwischen den letzten beiden Stäbchen häkeln wir unser Randstäbchen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt wiederholen wir den Mustersatz sinngemäß. So lange bis das angegebene Maß für eure Größe erreicht ist. Pro Mustersatz erhaltet ihr je ein Stäbchen mehr auf beiden Seiten der Lücke. Ich schreibe euch vorläufige Richtwerte oben in die Ecke. Schaut euch dazu gleich die nächste Einstellung an. Da zeige ich euch wie ihr messen müsst. Und wie ihr eine Armprobe machen könnt. Um das tatsächlich benötigte Maß herauszufinden. Willkommen zurück. Meine Passe hat ungefähr 38 cm erreicht. Für die Größe 40-42 cm. Und wir messen vom Mittelpunkt in einer Spitze. Und zur Information oder als Richtwert. Ich habe zum Beispiel 14 Stäbchen pro Zacke. Das kann bei euch anders sein. Es kann euch aber als Richtwert dienen. Und bevor wir die Armprobe machen können. Muss ich euch zuerst zeigen wie die Ärmel abgeteilt werden. Wir haben hier 3 Zacken für das erste Vorderteil. Und im Tal habe ich eine Klammer angebracht. Also zwischen 2 Zacken an der tiefen Stille. Dann haben wir 3 Zacken für den Ärmel. Und hier habe ich wieder eine Markierung angebracht. Dann haben wir 6 Zacken für das Rückenteil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier wieder eine Klammer. 3 Zacken für den zweiten Ärmel. Und 3 Zacken für das zweite Vorderteil. Und die Markierungen sind immer im Tal angebracht. Und damit wir eine Armprobe machen können. Dann werde ich das Teil jetzt zunächst so faltern. Wie es später getragen wird. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Jacke wird später so getragen. Hier sind die Ärmel. Hier sind die Vorderteile. Und diese Klammern müssen jetzt ganz genau aufeinander liegen. Dann könnt ihr die Klammern vorläufig wieder entfernen. Und hier durch die Lücken auf beiden Seiten einen Maschmarkierer durchstecken. So dass die Ärmel provisorisch abgeteilt sind. Und so könnt ihr eine Anprobe durchführen. Und das muss locker passen. Das merkt ihr gleich wenn ihr hineinschlüpft. Wenn es noch zu knapp ist. Fügt ihr 2 Reihen hinzu. Und macht wieder eine Anprobe. Bis es passt. Also immer eine gerade Anzahl Reihen hinzufügen. Und auf jeden Fall mit einer Rückreihe ändern. Also mit einer Reihe mit Reliefstäbchen. So dass wir dann auf der Hehnreihe die Ärmel abteilen können. Und wenn die Anprobe erfolgreich ist. Dann machen wir wieder die ursprüngliche Einteilung. Wir klappen das Teil wieder auseinander. Und wie gesagt wir befinden uns auf der schönen Seite. Da wir mit einer Rückreihe geendet haben. Und ab jetzt mache ich keine Zunahmen mehr. Wir starten wie immer mit 3 Luftmaschen. Wir lassen wie immer das nächste Stäbchen aus. Und wir häkeln alle Stäbchen bis zur Spitze. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Da wir jetzt keine Zunahmen mehr machen. Häkeln wir auch in dieser Reihe. In der Hehnreihe nur 1 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und 1 Stäbchen in die Lücke. Das heißt ab jetzt habt ihr immer dieselbe Anzahl an Stäbchen wie in dieser letzten Reihe vor dem Abteilen der Ärmel. Und jetzt häkeln wir bis zum Maschenmarkierer im gewohnten Muster. Nur eben dass wir in die Spitze immer nur 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 1 Stäbchen häkeln. Ansonsten ist das Muster genau wie immer. Und wir sehen uns beim Maschenmarkierer wieder. Willkommen zurück. Ich habe 3 Zacken gehäkelt bis zum Maschenmarkierer. Auch hier im Tal ist es ganz genau wie immer. Immer diese beiden Maschen überspringen. Wie gesagt das Muster bleibt genau gleich wie vorher. Nur dass wir keine Zunahmen mehr machen. Ich entferne den Maschenmarkierer. Und ich habe 2 Maschenköpfe vor der Lücke aufgehört. Und ich häkle jetzt damit wir keine große Lücke bekommen. Am Ende dieser Zacke 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. So haben wir wieder gleich viele Maschenköpfe wie bei den anderen Zacken. Aber wir kommen bis ganz zur Lücke hin. Und jetzt überspringen wir 3 Zacken. Genau 3 Zacken. Wir entfernen. Wir entfernen den Maschenmarkierer. Und wir starten direkt nach der Lücke gleich auf dem ersten Stäbchen. Und häkeln auch hier 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dann häkeln wir 6 Zacken ab. Bis zum nächsten Markierer. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 6 Zacken abgehäkelt. Hier haben wir den Ärmel abgeteilt. Das ist das Rückenteil. Ich habe wieder bis zur Klammer gehäkelt. Ich entferne die Klammer. Und ich habe wieder 2 Stäbchen vor der Lücke aufgehört. Hier häkle ich 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und wir überspringen wieder 3 Zacken. Entfernen die Klammer. Und starten direkt nach der Lücke. Wieder mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen. Und dann häkeln wir die letzten 3 Zacken bis zum Ende der Reihe. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen. Und auch das Ende ist genau wie vorher auch. Das letzte normale Stäbchen lassen wir aus. Und häkeln ein Stäbchen ganz am Rand um das Randstäbchen. Jetzt haben wir die Ärmel abgeteilt. Und wir wenden die Arbeit und häkeln zurück bis zum Armloch. Und in dieser Reihe empfehle ich euch noch einmal die Maschenzahlen zu kontrollieren. Es sollten alle Zacken gleich viele Stäbchen haben. Sollte es tatsächlich einmal um ein Stäbchen nicht stimmen, ist das kein Drama. Dann gleicht ihr das entweder durch eine Abnahme oder durch eine Zunahme aus. Eine Abnahme macht man mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen. Und eine Zunahme zum Beispiel durch 2 Stäbchen in eine Masche. Wir starten wie immer mit 3 Luftmaschen. Und lassen den nächsten Maschenkopf aus. Und ich häkle jetzt in dieser Rückreihe keine Reliefstäbchen. Sondern ganz normale Stäbchen. Und wir häkeln wie gesagt bis unter dem Arm. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder die 3 Zacken für das Vorderteil abgehäkelt. Hier haben wir den Ärmel abgeteilt. Und wir überspringen wie immer diese beiden Maschenköpfe zwischen den Zacken. und häkeln im gewohnten Muster weiter. Wie gesagt alle Zacken sollten gleich viele Stäbchen haben. Ansonsten ausgleichen. Und beim anderen Arm macht ihr das genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beendet. Und jetzt folgt eine vollkommen identische Reihe. Wir befinden uns auf der schönen Seite. Und wir häkeln eine Reihe mit Stäbchen. Genau gleich wie die vorherige. Wie gesagt die Anzahl der Stäbchen bleibt jetzt immer unverändert. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beendet. Wir wenden die Arbeit. Wir befinden uns auf der Rückseite. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir genau gleich wie oben bei der Passe. Die Rückreihe mit Reliefstäbchen von vorne. Die Reihe kennt ihr schon. Sie ist absolut identisch mit den Reihen die wir oben bei der Passe gemacht haben. Auch hier bleibt die Maschenzahl unverändert. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beendet mit den Reliefstäbchen. Und jetzt häkeln wir die Jacke folgendermaßen weiter. Ich häkle immer 3 Reihen mit normalen Stäbchen. Und dann eine Reihe mit Reliefstäbchen. Und ich schreibe euch einen Richtwert für die Gesamtlänge oben in die Ecke. Und zwar vom Mittelpunkt in der Mitte gerade hinunter gemessen. Wie gesagt immer 3 Reihen normale Stäbchen und eine Reihe Reliefstäbchen. Und ansonsten bleibt das Muster genau gleich. Und auch die Stäbchenzahl pro Zacke bleibt unverändert. Bis die Gesamtlänge erreicht ist. Und wir enden mit einer Hinreihe. Das heißt mit einer Reihe auf der schönen Seite. So dass wir hier dann enden. Und dann können wir gleich die Kanten behäkeln. Und wenn ihr so weit gekommen seid. Sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Und wir haben mit einer Hinreihe geändert. Wir befinden uns auf der schönen Seite. Das ist das im Tragen rechte Vorderteil. Und wir behäkeln jetzt die vorderen Kanten. Und dazu steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Ich mache feste Maschen. Und damit die nicht winzig klein werden. Nehme ich eine halbe Nummer mehr. Ich häkle eine Luftmasche. Und häkle dann um jedes Randstäbchen herum. Zwei feste Maschen. Immer von Lücke zu Lücke springen. Und zwei feste Maschen häkeln. Und die Kante immer wieder schön in Form ziehen. Und auch hier oben würde ich in den Anfangsring zwei feste Maschen häkeln. Den Faden könnt ihr überhäkeln. Dann ist er gleich versorgt. Und wir häkeln bis zur anderen Seite. Wieder bis zur unteren Kante der Jacke. Und wenn ihr das gemacht habt sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen. Und ich habe mir hier markiert wo ich das Knopfloch haben möchte. Das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Ich habe als Richtwert vom Anfangsring bis zur Klammer 30 cm hinunter gemessen. Aber wie gesagt macht eine Anprobe. Denn das kann bei euch auch ein bisschen anders sein. Und jetzt häkeln wir die Reihe wieder zurück bis zur Klammer. Wir beginnen mit einer Luftmasche. Und starten im ersten Maschenkopf wieder mit den festen Maschen. Maschenkopf hinunter. Und zieht die Kante immer wieder in Form. Und wenn ihr bei der Klammer angekommen seid sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Klammer angekommen. Ich entferne die Klammer. Und ich mache nur ein kleines Knopfloch. Da ich einen kleinen Knäbelknopf verwende. Das heißt ich mache nur zwei Luftmaschen. Überspringe zwei Maschen. Und häkle dann wieder feste Maschen. Die Größe des Knopflochs hängt natürlich von der Größe des Knopfes ab. Entsprechend müsst ihr mehr Maschen überspringen. Und gleich viele Luftmaschen machen. Dann häkeln wir die Reihe zu Ende. Und wieder zurück. Und ins Knopfloch gleich viele feste Maschen. Wie ihr Luftmaschen gemacht habt. Und dann haben wir drei rein feste Maschen. Und dann ist die Abschlusskante fertig. Dann solltet ihr die Abschlusskanten anfeuchten. in Form ziehen. Und zum Beispiel auf einem Tisch liegend trocknen lassen. Und dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser tollen Jacke. Und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt. Könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.